Gordy Howe stand 17 Jahre nach seinem Rücktritt wieder auf dem Eis. Der 69-Jährige bestritt mit seiner alten Rücken Nummer 9 die erste Minute seiner Detroit Vipers gegen die Kansas City Blades. Howe sah den Punkt zwar nur aus der Ferne, doch für einen neuen Rekord reichte es allemal. Mit diesem Einsatz brachte es Gordy Howe auf sechs Jahrzehnte als aktiver Eishockeyspieler.